Hallo, ich bin Laura Jürgens von der Logi-Schmidt-Stiftung. Generell versuchen wir an vielen Orten Prozessschutz zu machen, das heißt, dass der Wald sich da natürlich entwickeln kann. Wir sind auch sehr froh über die Kooperation mit KlimaClick, wo man dann ein Klima-Los kaufen kann und da gehen dann auch die Erträge daraus direkt an diese Projekte von uns.